... Modenschau. Rennver, haben Sie es verstanden? Ja, ja. So eine Modenschau. Nur damit Sie eben wissen, wie das geht, werden wir mal ein kleines Beispiel geben. Wir haben eine ganz tolle Modenschau für Sie. Und als erste sehen Sie hier Petra. Und Petra zeigt Ihnen ein Rotfuchs-Geb. Sehr schön passend zu Ihren Haaren. Ein sehr schöner Rotfuchs-Geb. Hey, ob die was runter hat? Moment mal. Vielleicht möchten Sie mal wissen, was für ein Futter diesen Geb hat. Bitte, Fräulein, zeigen Sie uns doch mal dieses Futter. Danke schön, danke schön. Danke schön, Fräulein. Dieses Futter, meine Damen und Herren. Wie war denn das Futter? Erzählen wir Ihnen nachher, wie das Futter war. Okay, gut. Und jetzt kommt für Sie hier Henri. Und Henri. Und Henri zeigt Ihnen ein Raucher-Sakko. Ein Raucher-Sakko, das heißt, die eine Seite ist für Raucher. Und die andere Seite für Nicht-Raucher. Danke, Henri. Und jetzt kommt für Sie hier Maximilian. Maximilian. Und Maximilian zeigt Ihnen eine ganz besondere Hose. Diese Hose ist von Pierre Gardin. Ich bin Pierre Gardin. So, und jetzt, meine Damen und Herren, und jetzt Tanga-Mode. Sie wissen, Bikinis waren schon sehr klein. Aber noch kleiner aus Bikinis sind heutzutage Tangas. Und Becky trägt einen Tanga. Jetzt kommt für Sie hier Willi. Und Willi zeigt einen wunderbaren Anzug. Ein wunderbarer Schnitt. Sehr schön. Für festliche... Entschuldigung. Das ist doch ein Bein von einem Schlafanzug. Willi, das Bein ist doch schon eingeschlafen. Jetzt Partner-Look Sommer 1974. Partner-Look gezeigt von Charlie und von Renate. Und Partner-Look, Sie wissen, was das heißt? Partner-Look, das heißt... Partner-Look, das heißt... Partner-Look, das heißt...